Was geht ab Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Video und zwar zu einer neuen Herangehensweise, sag ich mal was die Altcoins anbelangt und zwar wird es zukünftig nicht mehr ein, also es wird vielleicht trotzdem zukünftig ein großes nochmal Altcoin Update Video geben, aber ich will zukünftig eure Wünsche einfach die unter den Videos vor allem sind öfters einbauen und deswegen wird es jetzt in unregelmäßigen Abständen, sag ich mal, vielleicht gibt es dann drei oder vier Altcoins am Tag oder so oder vielleicht auch mal nur ein Altcoin zusätzlich am Tag, aber dafür dann kurz und knapp eure Altcoin Wünsche halt in ein Video packen. Weil das einfach weniger zeitaufwendig ist, als wenn ich mich da ein, zwei Mal im Monat hinhocke und ein 40, 50 Minuten Video mache und dann sowieso nur die Hälfte das anguckt. Deswegen kurz und knapp, drei, vier Minuten will ich das maximal halten, um einen kurzen Überblick kurzfristig zu bekommen und dann natürlich auch auf die größeren Timeframes zu gucken. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr davon haltet, ob ihr das besser findet, ob ich es doch lieber lassen soll, dann richte ich mich gerne nach euch, aber das ist so die erste kleine Änderung, damit würde ich halt jetzt gerne schon mal ein bisschen langsam anfangen, um ein bisschen Rhythmus zu bekommen. Ja, gerne in die Kommentare reinschreiben, ansonsten lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen und gerne in die Telegram Talk und Signal Grummel joinen. Gut, damit genug Werbung gemacht, wir starten durch mit Polkadot, war ein Wunsch und da traden wir momentan bei 4,51 Dollar. Wir sind aus unserem riesigen Falling Wedge erst einmal ausgebrochen, kein gutes Zeichen. Trotzdem könnte das nur vorübergehend ein kleines Fakeout sein. Warum? Wir haben jetzt im 4-Stunden-Chart hier eine schöne Bullish Divergence, sogar eine Triple Bullish Divergence. Wir befinden uns aber weiterhin in einem Downtrend. Das sehen wir ganz viel, wir haben hier immer noch Probleme, hier drüber zu kommen. Vom Volumen her weiterhin abnehmendes Volumen, also nicht wirklich das, was wir sehen wollen. Trotzdem, die Bullish Divergence dürfen wir nicht unterschätzen. Dafür blicken wir nochmal ganz kurz in den 1-Stunden-Chart, schauen uns das nochmal ganz gut an. Also Volumen kommt hier nicht wirklich rein in den kleineren Timeframes. Wir tun uns dazu ganz kurz den Traders-Reality-Indikator nochmal angucken. Da sehen wir, okay, wir haben hier noch so einen kleinen Vektor, das heißt so bis 4,41 Dollar wäre nochmal so eine kleine Option, wo wir nochmal eine kleine Korrektur sehen könnten, meines Erachtens nach, um dann möglicherweise das Breakout zumindest mal in dem Bereich der 4,60 Dollar bis maximal 4,76 Dollar zu erreichen. Warum? Vektor-Candle einerseits sollte gefüllt werden, bevor wir hier wirklich in den Abtrend kommen, andererseits wäre das nochmal die Chance, um hier möglicherweise ein bisschen Volumen zu tanken, um dann einen Breakout aus diesem Downtrend auf jeden Fall zu schaffen. Dadurch blicken wir dann jetzt ganz kurz mal auf den Daily-Timeframe, wie es dort aussieht. Und zwar habe ich ja gerade eben schon gesagt, wir sind aus unserem riesigen Falling-Redge nach unten hin ausgebrochen. So, wenn wir jetzt übergeordnet uns das angucken, wäre es natürlich jetzt nicht von Vorteil, sollten wir hier oben bei diesen 4,75 Dollar abprallen, weil dann ist die Chance sehr, sehr hoch, dass es dann kein Fake-Out mehr war über eine gewisse Zeit, sage ich mal, darunter, sondern wirklich hier ein Retest von diesem Falling-Wedge stattgefunden hat und wir uns dann Richtung 4 Dollar begeben. Und die 4-Dollar-Marke ist weiterhin, das kennt ihr aus den großen Altcoin-Update-Videos, weiterhin so eine große Marke, wo wir hier im Jahr 2020, also Richtung September 2020, Riesensupport hatten und das wäre auch für mich weiterhin die nächste Buy-Zone hier unten in diesem Bereich. Also momentan kaufe ich nichts, wir haben hier oben akkumuliert zwischen 5,40 Dollar und 5 Dollar. Wir sind hier momentan mit unserer Investition im Minus, ist ganz normal in dem Bärmarkt, sage ich jetzt auch nichts, aber die nächste Position würde ich dann erst hier in dem Bereich der 4 Dollar kaufen. Sollten wir hier oben abprallen, ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir hier nochmal deutlich runtergehen, eben in dem 4-Dollar-Bereich. Hier möchte ich dann bitte eine Stabilisation sehen und dann, sage ich mal, wirklich den Start eines in Anführungszeichen Bullruns, beziehungsweise einer kleinen Rallye. Würde auch sehr, sehr gut zu Bitcoin passen, da befinden wir uns ja weiterhin in unserem Falling-Wedge, da ist es noch aktiv, aber Polkadot hat es jetzt eben nach unten hin durchbrochen. Wir haben hier keine Stärke, kein wirkliches Volumen auch die ganze Zeit über gesehen, also hat mir auch nicht wirklich gefallen. Deswegen nicht wirklich verwunderlich, trotzdem ein bisschen schade, wir müssen das jetzt im Auge behalten auf den kleineren Timeframes. Die 4,40 Dollar wäre vielleicht so ein kleiner Bereich, wo man mal überlegen könnte für einen kleinen Swing-Long, ansonsten würde ich erst in den Bereich um 4 Dollar dann erst wirklich einsteigen für eine größere Swing-Position für die nächsten Wochen und Monate. Müssen wir uns da natürlich auch anschauen, wie stehen die Märkte insgesamt, wie steht Bitcoin und Ethereum, aber ansonsten Polkadot nicht wirklich bullish momentan, zumindest was der kleinere Timeframe auf den 4 Stunden anbelangt und was natürlich der Daily. Okay, wichtig wäre es natürlich, wir haben hier oben noch so eine kleine Ineffizienz bei ungefähr 5,11 Dollar. Sollten wir uns die holen und dann wiederum retesten auf dieser Support-Linie von unserem Falling-Wedge, bei ungefähr 4,70 Dollar, müssen wir die ganze Sache nochmal neu beurteilen. Dann könnten wir davon ausgehen, dass wir hier sogar so ein kleines Inverse Head & Shoulders, ihr wisst, ich bin kein Pattern-Freund, aber trotzdem so ein kleines Inverse Head & Shoulders bilden könnten, mit dem Support eben, was das Falling-Wedge bzw. was die Trendlinie hier gibt bzw. die zwei überschneidenden Trendlinien dann hier geben. Aber das behalten wir dann, wie gesagt, in den nächsten Wochen mal immer wieder im Auge, deswegen kleinere Updates, damit man einfach hier viel, viel genauer drauf eingehen kann. Aber wie gesagt, kurzfristig müssen wir, um nochmal ganz kurz auf die kleineren Timeframes zu kommen, wir müssen den Downtrend brechen, ansonsten sollten wir jetzt hier zurückprallen, wären die 4,41 Dollar, erster Support, Golden Pocket, Ineffizienz und Vector Candle, sollten wir die Füllen und der Support halten, gehe ich ganz stark davon aus, dass wir nochmal in dem Bereich der 4,76 Dollar auf jeden Fall vorstoßen, wenn nicht sogar in dem Bereich der knapp 5 Dollar, wo hier oben im 4-Stunden-Chart auch nochmal eine Ineffizienz liegt. Gut, das war es von mir, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns dann zum nächsten Video, zum XRP-Video wieder. Bis dahin, gerne Like da lassen, Abo da lassen, wir sehen uns, bis später, ciao, ciao und stay crypto!